So, dann wollen wir mal. Schön auf dem Airport. Mal sehen, wer uns entgegen stellt. SU 85 und Q. Bitte haben Sie ein wenig Geduld. Ihr Hetzer wird geladen. Süß und knopfig. Der Hetzer. In diesem Spiel mit seinem Unschlagbacken 360 Grad im Leben. Wenn der Gegner nur über leicht und mittlere Panzer verfügt, ist der Hetzer mit der beste Waffe, mit der beste Waffe. Wenn du hier drei das Stück nebeneinander hast und jeden jeweils einen da drinnen, der umfangfisch ist der hier. Ich erzähle hier grad so schön. Hör dir wohl auf damit. Was will denn das? Gleichheit. Nein, wenn du hier drei Hetzer nebeneinander stellst und jeweils einen MG-Schütze oben drin hast und hier auf dem Airport umherguchst, hat der Gegner nahezu keine Chance. Du kommst kaum an den Panzer ran, wenn der MG-Schütze da oben genau weiß, was er macht. Da ist der ideale Verteidigungspanzer. Da ist der ideale Verteidigungspanzer. Da ist der link in die Schussballung. Da ist der ideale Verteidigungspanzer. Ach, aber das hat mit dem Punkt. Da ist die Schuss von von den Schuss zu stecken. Das ist die Schuss von der Bek фильм. Und hier raus. Das ist die Schuss von der Sauer. Er ist aber. Jetzt kommt's auf O3, jetzt wollen wir das aber wissen. So, jetzt rollen wir. Wir sind in der Ruhe der Gemültigkeit. Du kommst hier nicht raus, vergiss es. Guck mal, der checkt hier sogar seine Pistole durch. Du kommst hier nicht raus. Ja, dann kommt's. Alter, da hat hier gerade einer geschossen. Hier ist gerade ein Kopfschuss. Weiß aber nicht, ob der. Zum Gegner war. Rechts oben hat er gerade einen Kopfschuss angezeichnet. Und hier unten, da hat noch einer gerade einen abgefüllt. Wir sitzen hier nämlich gerne mal bei C1 in der Büsche und warten darauf, dass die Leute wieder rauskommen. Das ist so eine altbekannte Masche. 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 Und da sind wir. Na, wer sucht hier Streifen? Boah. Da kann ich jetzt nicht hinterher kommen. Da kann ich jetzt nicht hinterher kommen. Da kann ich einen coolen Jeep machen, aber nur um mich zu ärgern. Bleh. Kein Feind in Sieg angreifen! Wir kommen! Da kommt wer! Da hat er aber schon mal hingab, dass er vorher tot war. Ein Fahrer! Da kommt! Der Ems-Junge! Ey! Boah! Was für ein Frech-Sachs! Na komm! Immer noch mal Locki-Locki! Na lass! Komm mal Locki-Locki! Jetzt geht der Kollege nachfragen. Anlegen! Feuer! Ems! Was? Alter! Was war das denn? Okay! Wieder wer! Wer ist, Junge? Da schießt eine PTRD! Na lass, Kampf! Na lass! Na lass! Kommst du nicht in der Bau mehr vor! Die HE macht das sicher! Da! BAMS-Junge! Äh! Ich wollte da grad schießen! Du stehst im Weg! 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 Ich komm keine. Ich hab ne Panzerkarton hier drin. Ganz super. Feindlicher T-34. Oh scheiße, ich hab noch die HE drin. Das ist sehr ungünstig, mein Lord. Drehen, kampfbereit machen und Angriff. Da ist noch die Infanterie. BAMS, Junge. Hat aber Schweige gehabt. T-34, siehnt. BAMS. BAMS. Scheiße. Hetzer drin. Feuer. Jawoll. Ja, aber mit 10 Mann gleichzeitig Aussteigen. Fack. Von zwei Seiten niedergerungen. Immer schön wettig. Warten, 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 warten. Und Angriff. Wie ist die wert? Ich würde ja mal so gerne so ein lustiges Para-Blutzeug abschießen. Oh, da ist ein Para, da ist ein Para. Oh, die Treffer, die Treffer, die Treffer, die Treffer. Weit. Ja! Fels, Junge! Mitten ins Gesicht! Alles klar, aus der Entfernung, natürlich! Der wird sich denken, ja, alles klar. Was ist denn das Para für das Lustige? So, der Hals kriege ich mein Ohr nicht. Die Seite stellen uns ja an die Anhöhe. Nein, das wäre jetzt auch zu lustig gewesen. Nee, den kriegen wir nicht. Wer ist, Junge? Jetzt geht's. Na! Nett. Na, einen noch, einen noch, einen noch. So kriege ich ihn nicht. Komm runter! Langweilig! Oh, das war meine! Läng dich drauf. Auf geht's, haben wir unseren Spaß gehabt. Oh, jetzt hat zwei Silbersterne. Oh, das ist geil. Ah! Ah! Da kleimt doch irgendwas hier hinten am Horizont. Das hat wieder so ein lustiges Paraglugzeug. Wieso kann ich jetzt hier? Nee, dann, dann... Alter! Wer ist, Junge? Steht ja hier und schießt mit lustig wie der Panzerfaust. Ich glaub's nicht. Was, mein Kollege? Nehmen wir den Deckungsfeuer! Feuer! Feuer! Ach, Scheiße! Ich stehe links neben mir einer. Mit der Panzerfaust. Ja, na klar. Ah! Hier sind sie wieder bei U2 und warten, dass die Panzer spawnen. Dann muss ich wieder bei U3 spawnen. Äh, U1. So, jetzt gehen wir auf Infantriacht. Wenn die unbedingt einen Krieg haben wollt, können sie den haben. Na lass! Wollt spielen? Na komm! Ihr wollt den Hetzer jagen? Der Hetzer hetzt euch! Ihr wollt den Hetzer jagen? Der Hetzer hetzt euch! Ja, natürlich! Hauptsatzspiel ist gleich verloren. Das ist wichtig. Dicken Tee hier und reißen wir uns in so ne Haube. So, jetzt haben wir jetzt zwei Hetzer nebeneinander zu stehen. Warte legen! Gibt den Tone, ne? Ja, da war noch 1,85. Aber was steht denn der? ich bleibe noch mal anders na los fahr vor, ich fahr dir hinterher mit der Stuck würde ich gegen T-34 der ist nicht besser an, kommen wir mit der Stahlhose so, Feuer, wir sind zu zweit, komm komm, der brennt ja, schrei nicht so Ruhe, da soll ich auch keine sehen wir können ja mal weiter spielen wir sind gelandert das war jetzt da nebeneinander, sind nahezu unschlagbar komm, den überrollen wir noch ich wollte ihn überfahren, wer schießt mir den denn weg das Born ist umstellt Brems, Junge bitte heben sie die Hände bitte heben sie sich schick deinen Unterhändler ja, ja, ich komm ja schon das ist eine sehr ungünstige Variante mit einem Stivil ey oah ja, ich seh den lol ha, ha, ha so ein Schweiger der verpeilte rennt doch umher ihr habt geile Chance, ihr gebt euch Leute, nicht mehr eins morgen das hat eh kein Sinn mehr, ihr könnt aufgeben das Ding ist mit Panzern umstellen einfach lächeln und winken, Männer lächeln D34 scheiße hier bin ich, hier guck guck D34 das überlebe ich nicht neben mir steht einer muss aber vorher aussteigen D34 alter, wer hat das Ding, wer hat denn das ist ja ungemottet das ist ja, das ist ja furchtbar jetzt ist hier noch jetzt ist ich durch auf auf Wiedersehen BABY es haben wir uns schon ne doch nicht wuhu Vielen Dank.